Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video, heute mit... Ja, ich bin der Jakob, hallo. Über was reden wir heute? Wir reden heute über die SACS Anders Teile, weil es viele anscheinend gab, die es nicht ganz verstanden haben, den Zusammenhang zwischen 1, 2, 3. Wir wollen jetzt einfach da nochmal drüber labern, was ist passiert, wo stehen wir jetzt bei nach Teil 3. Und ja, genau darum geht's. Der erste Teil von dieser SACS Anders Reihe könnte auch halt so ein allein schneller Teil sein. Denn das war halt so ein Testformat, was so irgendwie so geht. Ähm, genau. Und daraus hat sich halt dann ein paar mehr Teile entwickelt. Boah, ich krieg langsam Hunger. Willst du weiter chillaxen oder irgendwas essen gehen? Ich wär für was essen gehen, oder? Okay. Ich hab irgendwie Bock auf eine Mafia-Tarte. Ah, nee, da hab ich jetzt grad gar keinen Törn zu, weil da muss ich das letzte Mal richtig von ab geübt. Okay. Dann Karussellfleisch. Also der erste Teil, der ist ja so entstanden. Ähm, du warst bei mir. Wir haben eigentlich Mucke gemacht. Und ich hab mal wieder kein Video für nächsten Montag. Und ähm, dann waren wir irgendwie was trinken oder so. Und dann hab ich halt gesagt, ja, ich hab kein Video. Und dann hast du gesagt, du hast irgendwie Bock was zu drehen und Sketch oder so. Und dann hab ich halt gesagt, ja, ich hab da schon so eine Idee im Kopf, aber, ja, bist halt nicht wirklich fertig. Und dann hast du gesagt, ja komm, wir machen einfach. Und dann, äh, hatten wir das so gemacht, dass ich die Wörter rausgeschrieben hatte. Und dann haben wir uns im Kopf so ein bisschen improvisiert, ja. Ja, haben wir die Geschichte so ein bisschen überlegt und dann improvisiert. Und ab dem zweiten Teil gab's halt dann irgendwie so eine Handlung, ähm, die beiden streiten sich, ähm, genau. Ja genau, fangen wir an mit der Handlung. Im ersten merkt man schon, ja, wir sind befreundet so. Aber so ein bisschen provisorisch eher. Ja, also so halb eher. So eine Hassfreundschaft vielleicht, kann man's so nennen. Ähm, und im zweiten Teil kommt dann eben dazu, dass wir, das ist auch noch, also, da sieht man auch, da ist im zweiten Teil passiert nicht wirklich viel so von der Handlung her, aber der Grundstein wird... Der Grundstein wird gelegt, dass man checkt, dass die beiden eigentlich sich irgendwie so hassen so ein bisschen. Ja, also sie sind zwar befreundet, aber irgendwie hassen sie sich und... Und es wurde vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu, ähm, einfach gehalten. Zum Beispiel mit diesem Hood- und Backup-Freund, da hätte man ein bisschen übertreiben können noch. Dass man halt weiß, es ist einfach ne Lüge so. Ja. Ja. Und wo bist du grad so? Ich bin grad in der Hood mit meinem Backup-Freund unterwegs, weißt du noch, mit dem Klerazin, der ist Gelände. Mhm. Na ja gut, dann leih ich hier kurz noch die Bücher aus, und dann komm ich. Ja, vier leih ich. Jo. Scheiße. Ich muss auch noch Geld holen, beim Scheinwerfer. Ja, dann noch einen, und dann komm wieder her. Aber das wissen wir jetzt, und das ist auch gut so, wird in Zukunft umgesetzt, und, äh, im zweiten Teil, das war auch so, da hatten wir dann schon ein Drehbuch. Ja. Und das haben wir auch dann eigentlich Wort für Wort übernommen, so. Ja. Wobei wir da auch noch einen Fehler beim Drehen gemacht haben. Ja. Den wir beim Telefonat... Ja, ja, wir hätten das ein bisschen anders strukturieren können. Wir wollten das eigentlich so in einem Birdmanstein machen, sodass es halt nur ein Stück gefehlt wird. Ja, Mai, aber... Aber, ähm, aus Fehlern lernt man, und wir natürlich auch, und deswegen sollte das in Zukunft ganz geil werden. Weil in Teil 3 sah das schon mal alles ganz anders aus. In Teil 3 war das dann schon... Hui. Hey, Digga, na, wie geht's? Ja, mir geht's auch gut. Alter, lange nicht mehr gesehen. Ja, das war auch gut so. Ja, mir auch gut. Willst du was kaufen? Äh, nee, eigentlich nicht, aber was gibt's denn so? Ja, siehst du doch, du echten Kipp. Also, schau her, wir haben hier so eine Tasse mit so einem Motiv drauf. Ich kann's nicht was haben, ja. Und dann haben wir hier solche Servetten-Zeug so. Und dann haben wir noch... So, genau. In Teil 3 hatten wir ein richtiges Drehbuch, also mit der Handlung auch drin. Und was passieren sollte, haben wir uns auch... Wie lange haben wir uns über das Drehbuch Gedanken gemacht? Sehr lange. Ich hab einen Monat vorher oder so angefangen, und dann... Aber man muss sich halt denken, wir spiegeln echt irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später, nach Teil 2, so quasi. Und da, das ist wirklich der Teil, wo am meisten passiert. Also, ähm, wir haben ja, äh, mit was fängt's an? Also, da wird von Teil 2 der Streit nochmal aufgegriffen am Anfang. Also, ich bin noch genervt, du bist genervt. Und ich bin halt so ein bisschen, mich provoziere hin. Ja. Und dann streiten wir uns, wir stehen an diesem Stand. Ich hab einen Ferienjob, in dieser Hütte. Und ich nervig. Und du kommst dann als Kunde praktisch, als möglicher Kunde, weil du kaufst ja im Prinzip gar nichts. An dem Stand gab's auch eigentlich gar nichts zu verkaufen. Nicht mehr. Nicht mehr. Ja, können wir auch noch erzählen, wie kam's dazu? Wir haben die ganze Zeit nach einem Stand gesucht, quasi auf diesen Meistern. Und dann kam, wie der Finanzmarkt war. Sag's anders, ihr müsst wissen, das ist das Format der verplanten Drehs. Ja. So ungefähr. Wir haben keinen Stand gefunden. Wir haben weitergesucht und irgendwann mal haben wir dann gesehen, ey, cool, ein Stand ist irgendwie ausverkauft. Ja, zum Schild. Und dann auch nochmal Danke an den lieben Herrn Gärtenmüller. Ja, und dann kam das, was auch noch verplant war, fast noch verplanter, weil das Mädchen, das sollte ja eigentlich wirklich ein Mädchen spielen. Ja, und wir haben halt zusammen mit der Perücke, weil sie nachgemacht ist, hat dann, äh, genau. Der liebe Philipp übernommen. Übrigens, vielen Dank nochmal. Der hat's auch bei der Kamera geholfen, beim Ton. Ähm, ja, das war, eigentlich hatten wir uns da ein Mädchen vorgestellt, aber das war dann so, wir waren da so spät, beziehungsweise ich war so spät am organisieren, dass es leider nicht geklappt hat. Äh, ja, und dafür haben wir dann die Verrückte genommen. Und die Sprachaufnahmen von der lieben Lucie. Auch nochmal Danke dafür. Ähm, allerdings, ähm, ja, gibt's da auch ein paar Sachen, die wir in Zukunft natürlich ändern wollen, aber das ist ja auch ganz gut so. Genau. Und, äh, ja, wo stehen wir im Moment? Wir stehen jetzt da, dass, ähm, es wird auf jeden Fall in Teil 4 geben, das ist auch Teil 5, aber da schauen wir mal, ne? Also, erstmal jetzt Teil 4, da konzentrieren wir uns jetzt dann bald drauf. Da fangen wir jetzt dann bald an, mal ein bisschen zu planen, Drehbuch schreiben und so weiter. Beziehungsweise, Drehbuch noch weiter bearbeiten. Und, ähm, ja, wir stehen da, dass, ähm, wir immer noch im Streit sind. Wahrscheinlich bleiben wir für immer zerstritten in dem Format. Haha, haha, haha. Uh, war das schon Spoiler? Ja. Und, ähm, ja, wir beide stehen in dem Film, in der Serie. Auch dann zwischen den Mädeln noch. Also, das Mädel steht praktisch zwischen uns. Und wir beide stehen praktisch auf das. Ja. An dem Punkt stehen wir. Mhm. Ja, wie wird es weitergehen? Das erfahrt ihr in Teil 4, der hoffentlich bald kommt. Ja. Ihr findet hier oben jetzt ein, äh, I. Und da könnt ihr draufklicken, da sind noch ein paar Videos. Dein Kanal ist da natürlich auch verlinkt, damit ihr da nochmal vorbeischauen könnt. Und schaut euch nochmal die ganzen, sagt, andere Teile an. Äh, äh, ihr könnt jetzt weg und nachvollziehen in vielen Punkten auch, was ihr da sagen wollt. Und jetzt vielleicht mit dem, mit dem Hintergedanken hier, was wir jetzt gelabert haben. Die Playlist ist hier beim E-Verlink. Und, äh, ja, die Outtakes sind auch manchmal auch ganz geil. Ja. Äh, sieht man noch ein bisschen, wer eigentlich sieht's. Und ich würde sagen, ich laber nicht mehr lang. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.